Willkommen auf meinem Kanal Webster Project zu einer weiteren Folge Transportfever 2. Ja, wann fährt der erste Zug? Das ist hier die Gretchenfrage und ich muss euch mitteilen, in dieser Folge noch nicht. Ja, der erste Bahnhof ist doch etwas größerer Natur und ich möchte erst alle Gleise so verliegen, dass es einigermaßen einen Sinn ergibt, erste Linien zu erstellen und da ich ja nahezu fast, sage ich mal ungekürzt, meine Bastelzeit hier aufgenommen habe und als Zeitraffer zeigen möchte, ist es heute leider noch nicht so weit. Das heißt, heute gibt es noch ein ganz wenig Gleisbau, was man jetzt hier am Anfang so ein bisschen sieht. Im Wesentlichen wird das dann aber so die Entwicklung des Straßennetzes sein und zum Teil auch geht es schon etwas in die Detaillierung und die ersten Dammbauelemente werden gesetzt und ich kann euch versprechen, in der nächsten Folge wird es den ersten Zugverkehr dann endlich geben. Also habt noch etwas Geduld und ich hoffe, euch gefällt es ein wenig, mir beim Basteln zuzuschauen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Kommentare, dann lasst es mich einfach wissen. Vielen Dank auch erstmal an dieser Stelle für die bisher abgegebenen Kommentare. Es freut mich immer sehr, von euch was zu lesen, wenn ihr da Interesse zeigt und das gibt mir auch so ein bisschen Feedback und auch ein bisschen Inspiration oder Mut hier weiterzubauen, weil das Ganze doch schon wieder etwas größer zu werden scheint, was ich eigentlich nicht wollte, aber egal, jetzt ist es wieder so. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns hoffentlich oder sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020